Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Pokémon Gelb und Pikachu ist, wie versprochen, auf Level 10, ja. Und wir haben einige neue Pokémon getroffen, darunter Mankey, Habitak, Nidoran Männlich und Nidoran Weiblich, die einzelnen weiblichen und männlichen oder geschlechtsspezifischen Pokémon, die es in der ersten Generation überhaupt gibt, ja. Und wir machen weiter mit Rivale. Was? Jetzt schon? Ja. Hm, bist du auf dem Weg zur Pokémon-Liga? Vergiss es! Wahrscheinlich besitzt du noch nicht mal einen Orden, du Loser. Die Wache wird dich gar nicht erst durchlassen. Hm, sind deine Pokémon eigentlich stärker geworden? Ha 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 ha! Ich werde dich sowas honnen, Gary! Meine Damen und Herren, und wir kämpfen in der zweiten Folge zum zweiten Mal gegen Gary! Habitak, Level 9. Wow! Dann geht's gleich los mit Donnershock. Und... Und... Volldäufer! Bäm! Kebetsch! So muss das gehen. Evoli! Ist nur Level 8. Wir werden eine Donnerwelle aufges... Liebe Evoli verpassen! Ups! Wir lernen aufs Unserum-Fehler. Tja. Damit hast du nicht gerechnet mit diesem Heuler. Und Donnershock! Gegner Evoli ist paralysiert! Pech gehabt! Nochmal Donnershock! So, war mir fast klar, dass das jetzt kommt. Und... So, und... Evoli hat noch 1 KW! Der Sandwirbel... Baut er Evoli selbst ein bisschen. Okay, Routenschlag. Könnte gefährlich werden. Sollte nicht mehr gefährlich werden. Denn... Evoli ist auch besiegt. 157 Erfahrungspunkte! Aber es reicht nicht für ein Level. Oh nein! So viel Glück wie du kann man nicht haben. Doch. Was? In der Bommel-Liga gibt es viele starke Trainer. Ich muss einen Weg finden, an ihnen vorbeizukommen. Du solltest aufhören zu bummen und dich in Bewegung setzen. Ja, das würde ich mal bei dir raten. Ganz dringend. Nein, es gibt keine Turbo-Träder. Ähm... So. Ich kann euch mal die Bommel-Liga kurz zeigen. Oder das Eingang zu Bommel-Liga-Dings. Wie wird es denn hier genannt? Haupteingang. Bommel-Liga-Haupteingang. Ja, es ist hier noch der Haupteingang. Hier tut mir nur ein erfahrenes Rene passiert. Nur du bist jetzt dem Fels geworden und ich... Äh, äh... Und tschüss. Das war wohl leider falsch. So, jetzt können wir hier wieder in diese Richtung. So, für die Metania, weil es brauche ich keine Heilung. Ja, ja. Man kann nicht Ja oder Nein drücken. Man muss es gezeigt bekommen. Und Achtung. Jetzt geht's los. Greis setzt Pokéball ein. Ups. Greis wird von Ratz-Ratz aktiviert. Ähm. Und weg geht er. Cool, ne? So kleine Gimmicks gab's halt. Die halt neu waren, ein Pommel-Geld. Vorher hat er natürlich das Pommel-Geld. Und das ist kein Elektro-Ball da unten, sondern ein Item, ja? Ich muss ja hier für die etwas belehrteren Spieler in Sachen Grafik oder die ganzen Spides und so noch erklären. Weil die erkennen das ja mittlerweile nicht mehr als Pommel-Geld. So, Ratz-Ratz noch auf den Tackle. Jo, komm. 3 KW. Ich hab mich außerdem mit ein paar items ausgerüstet. Ha, 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 ha. Ja, ja. Ah, ja, weh. Ich glaub, in einem meiner Mythen-Videos kam von wegen, ja, äh, dass er irgendwie, oder dass die Person irgendwie sehr gut Rufe erkennen könnte, ja? Und, äh, ich hab dazu gesagt, ich müsste eh alle Unversersteckten-Items, ja? Bitte, fangen wir doch gleich mal damit an. Ich hab ein Gegengift gefunden. So, ach, was? Ach, das war diese Backtussi hier. Warum sag ich Backtussi zu ihr? Jetzt guckt mal genau auf den Sprite von mir und genau von der, ja, Tussi. Und ihr merkt, sie steht auf dem Gras. So. Und damit kommen wir dazu, Göre. Ihr merkt, die Trainer haben keinen Namen. Sie haben nur Trainerklassen. So, Rande 6. Oh, zieht die Hälfte ab. Ich wüsste jetzt halt nichts, was ich jetzt außer die Katschung noch trainieren sollte, ne? Das hat so ein kleines Problem momentan. Aber nur klein momentan. So, Pikachu versucht, Ruckzuki zu erlernen. Das würde ich definitiv beibringen. Ja, die Attacke soll vergessen werden. Heule. Pikachu lernt Ruckzuki. So, Nidoran Männlich kommt jetzt mal von Göre. Haben wir aber beide schon gesehen. Ja, und dieses Schütteln bedeutet, Nidoran Männlich ist jetzt paralysiert. Und das war ein Silberblick. Ich versuche alles, so gut es geht, zu erklären, damit ihr ja auch nicht aus dem Konzept hier geradet. So, Pongan Tutorial TV besiegt Göre. Pikachu ist so süß. Ja, und tschüss, Bugtussi, die auf dem Gras rumschwebt. So, als erst kommt Taupsi Level 6. Jo, hier gibt es Topalops Level 6, das wusste ich natürlich. Und wenn wir Tauboga abtreffen werden, dann wird es ein bisschen unlustig werden, denn Tauboga ist wesentlich stärker als Level 6. Wenn ich Pech habe, ist es sogar stärker als Pikachu. Eigentlich ist es sogar Glück. Ach, Mist, dieser blöde Sandwirbel. Ich würde eigentlich mit Ruckzuki attackieren, aber ich glaube, ich werde nicht dazu kommen. Deswegen muss ich jetzt erstmal ein Po-Ball werfen und versuchen, ob es klappt. So, ich treffe schon mal Taupsi. Ja, man kann auch den Po-Ball daneben werfen. Das gibt es auch. Ein sehr nettes Feature, wie ich eigentlich finde. Na gut, ich fliehe lieber, weil ansonsten... Wenn ich Pech habe, kommt jetzt Tauboga. Das wäre natürlich ungünstig. Gut, Raupi, das sollte eigentlich... Ich würde eigentlich nur ein zweites Po-Ball haben, damit ich jetzt nicht besiegt werde. So, Raupi landet mit 3 KP ein Volltreffer. Und landet mit 3 KP wieder ein Volltreffer. Ja, der Po-Ball macht keine Geräusche, wenn ich im schlimmen Bereich bin. Ja, und es gibt keine weiteren Geräusche. So, ich habe Raupi gefangen. So, jetzt muss ich doch nochmal ins Po-Ball-Center zurück. Po-Ball-Totorier findet Po-Ball. Ja, und ich stecke diese in eine Item-Tasche, denn es gibt nur eine Item-Tasche. Es gibt keine andere Taschen. So, und gleich werden wir uns hier sehen. Ich wollte schon in der nächsten Folge sagen, aber natürlich gleich werden wir uns hier sehen, denn ich gehe jetzt noch schnell ins Po-Ball-Center, meine Po-Ball-Heil. Weiter geht's hier an der Stelle. Und ja, ich bin jetzt mein Po-Ball heilengegangen. Also, Raupi und Pikachu geheilt, ja. Und Raupi hat halt diesen hässlichen Sprite, da kann ich auch nichts für. So, was steht denn hier? Tipps für Trainer. Wenn du Kämpfe meinten möchtest, bleibe hohem Gras fern. Okay. Habt ihr was gemerkt? Ich hab mich nur umgedreht. Ja, auch beim Umdrehen können Po-Ball kommen. Okay, Suft-Corn ist Level 6. Das rentiert sich, glaube ich, sogar noch zu besiegen. Mal gucken. Partner, jo, verteilen ihn zu. Das interessiert schon relativ wenig in der ersten Generation. Vertreffer. 61, jo, hat sich rentiert. So, mal gucken. Ich glaube, da oben ist jetzt der zweite Trainer. Ja. Das ist immer gut, dass es hier mal keine Genauigkeitswerte gibt, ja. Es kann jede Attacke daneben gehen. Es gibt nur eine einzige Attacke, die nicht daneben gehen kann. Und ihr werdet nicht drauf kommen, dass es diese bereits in der ersten Generation gab. Und das ist Steinschauer. Ach, das gab es in der ersten Generation. Aber irgendwie konnte es kein Po-Mon lernen aus irgendeinem Grund. Ähm. Genauso wenig wie Mimikry irgendein Po-Mon lernen konnte. Aber die Attacke gab es ebenfalls in der ersten Generation, will ich euch auch noch zeigen, so. Dauert aber erstmal ein bisschen, weil ich muss bis dahin noch einige weitere Käfer sammler und Wanderer und Maniacs und Rocket-Rübels besiegen. Also, das wird erstmal dauern. So, Raupi. Ein wildes Raupi. Flucht. So, das interessiert mich nicht mehr als wenig, denn ich suche Tauboga. Und das kann jetzt ein bisschen dauern. Taupsi. Level 8. Das verdient sich ja schon fast zu fangen, würde ich sagen. Aber ne. Ich möchte gerne Tauboga haben. So, es bringt 62. Jo, und das reicht für Level 12 für Pikachu. Bin ich schon Level 12? Meine Güte. Und ich brauche aber wirklich dringend Tauboga. Safcon. Pika. Tschüss. In Safcon 06 brauche ich mich kämpfen. Und ich muss auch sagen, der erste Kampf in der ersten Generation hier in Gelb ist sehr, sehr schwer. Also, ähm. Solltet ihr den beim ersten Versuch packen, seid ihr gut. Also, das muss man einfach so sagen, weil mit Pikachu und Tauboga wird es wirklich schwer, gegen Roku anzustehen. Und das macht schon die erste Generation so aus. Aber ihr werdet merken, die Arena-Leiter haben zum Teil sehr merkwürdige Pokemon im Vergleich zu der ersten Generation in Rot. Also, ich glaube, Taubsee-Level 8 können wir immer schön besiegen, da brauchen wir nicht fliehen, oder? Ja, Taubsee-Level 8 geht immer schön drauf und 62 Erfahrungspunkte, das ist gut. Gibt es auch regelmäßig Erfahrungspunkte immer. So, komm. Level 6. Ne, Level 4. Oh, ja, stimmt. Gab's auch. Pokemon, die unterentwickelt anzutreffen sind. Gab's aber auch nur in der zweiten Generation. Wäre ein bisschen blöd, wie ich finde. Weil die kriegt man auch mit Macho-Band nicht so weit. Das ist ja außerdem in der zweiten Generation noch gar nicht ab. Ich kann mich noch erinnern. Erste Route à la Bastia in der zweiten Generation. Visenior Level 4. Oder Visenior Level 2. Juhu. Aber wieso entwickelt sich nun mal viel später? So, Raupi Level 5. Auch nicht das Bumbo, was ich so... Ich muss halt bloß bei Tauboge aufpassen, dass ich es halt auch direkt reinbekomme in die Pokebälle. Weil wenn das nicht der Fall ist, kriege ich echt Probleme. Ich darf auch im Pekatus Donnerblitz, ach Donnerblitz, Donnershock keinen Volltreffer landen. So, auch das bin ich von dem Punkt nicht erfolgreich geflohen. Eieiei, ist wieder ein Safgorn. Hm. Come on, Tauboge. Aber Taubi auf der ersten Route war schon brutal auf Level 6. Ja, das muss man wirklich sagen. So, jetzt kommt wieder Taubi Level 8 wahrscheinlich. Ich glaube, Taubi gibt es hier gar nicht schon. Ich habe bis jetzt noch keins gesehen, dass es unter Level 8 gewesen wäre. Oder will ich mir das denn gerade ein? Naja. Okay. Wie denn? Das ist mir nicht so. Ich muss wohl bis zur nächsten Folge warten. Wie das aussieht. Hm. Bis jetzt noch kein Glück mit Tauboge. Auch hier fliehen wir wieder. Relativ lange kommt manchmal auch kein Pomon im Gras. Ich bin mal gespannt jetzt. Ich glaube, das wird nichts. Nur ein Pomon. Machen wir ja und dann... Mal gucken. Und wildes Pomon. Komm. Komm, Pikachu. Wartet doch auch sehnsüchtig drauf. Pikachu, Orte Tauboge. Und Tauboge. Mann. Uncool. Gut. Dann halt nicht, ne? Und in der nächsten Folge werdet ihr mich sehen mit einem Tauboge im wilden Kampf. Und das wird richtig lustig werden. Denn wir werden Tauboge fangen in einem Pokéball. Und das wird extremst lustig. Das sage ich euch jetzt schon. Und ich verabschiede mich recht herzlich an dieser Stelle und sage bis dann. Servus und tschüss, wenn euch dieses Video gefallen hat. Daumen nach oben. Favoriten. Ich freue mich immer über diese Bewertung.